Oh, oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, yeah, weil ich auch könne, Watson, ich habe ihn sofort reinlaufen, ich liebe die Elevation, yeah, auf YouTube hatte ich die letzten zwei Tage mal über 5000 Zuschauer, Christiano, Ronaldo, Christiano, Ronaldo, Christiano, Ronaldo, ich habe Ronaldo gezogen, ich habe ihn. Boah, jetzt kommt der Pace von Manet, boah. Ah, was, ah, 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 ah. Was war das denn? Das war Pace des Jahrhunderts hier, schau mal, nee, Junge, da geht gar nichts. Und dann habe ich es gut gemacht und dann, was ist, ah, der Torhüter. Er hat sich noch weggelegt. Er hat so, nein, ich will nicht. Oh. Also zum einen macht er hier den Wupp und dann zum anderen hält er den eigentlich ja schon so ein bisschen. Also Meser meinte gestern, dass das Spiel gut sei. Ja. Das ist klasse. Ich habe auch eine andere Vorstellung, was gut ist von dem Spiel als Meser. Auch wenn er langsam ist. Das ist halt einfach eine Legende, der Typ. Zack. Gibt es eine Grätsche. Ja, ganz entspannt. Ist doch nichts. Also heißt es, man kann in die Torhüter reindrehen. Habt ihr gesehen? Der ist rausgebackt, der Ball. Willi schaut sich die Karte von seinem Mitspieler an. Ja, das ist, wenn ich das sehe. Was? Was? Anton! Na doch. Hey, krank, Digger. Nicht krank. Das ist krank, Digger. Junge, Machst du sicher. Du Hurensohn. Ich glaube nicht. Und wir singen. Du Hurensohn. Der Hurensohn. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Bumi, Junge. Es geht schon wieder los. Oh mein Gott, das ist Son. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Der geht rein? Das ist lächerlich. Bitte nicht. Oh mein Gott. Mein Neto rettet mir den Arsch, Digger. Bitte geht er durch. Ey, das ist rot. Aber es ist kein Elfmeter. Einmal probieren. Nein! Ja! Was warst du da? Oh mein Gott! Kassiers! Ich kann Kassiers! Ich hab's gesagt! Baby, nimm dich auch mit! Everyday, every night! Let's go! Und dann kannst du halt kontern. Das ist halt schon wieder ganz großer Quatsch. Romelu, kurze Ecke! Big Rom! Guter Mann! Oh mein Gott, Miyagi-Boost ist tot! Was war das denn? Was war das denn? Dass ich ihn verarsche, hab ich gar nicht. Oh, sechs Flammen, sechs Flammen! Nikone! Ja! Ja! Ronaldo! Fickt euch alle! Scheiße! Scheiße! Auf mir rumhackst und mir deinen Ronaldo zeigst? Ja, vielleicht hab ich ne... Oh! Ah! Ah! Scheiße! Ich hab beide Ronaldos gezogen, das war's. Ja, Micky, sag ab. Sag ab. Sag ab. Was? Christian Ronaldo. Überleg doch einfach mal. Trimax hat keinen neuen Account gemacht, Digga. Und what? Digga, EA hat so heftig seinen Schwanz geblasen gestern, Digga. Er ist gekommen, er hat schon abgespritzt und sie haben einfach weitergeluscht. Er ist nochmal gekommen. Ja! Digga, der war schon wund. Sie haben weitergeluscht, er ist nochmal gekommen. Ja! Sie haben weitergeluscht, er ist nochmal gekommen. Ah! Dann kurz einmal zehn Minuten Pause sauber machen, den Ding, Sibi. Und dann wieder rein in den Mund und abfand, Digga. Der ist gestern öfters gekommen, Digga, als ich in meinem gesamten Leben bis jetzt. Fickt euch alle! Das ist illegal, ey. Das ist echt krank. Ist das frech? Ist das frech? Ja, und so fahrt, wie macht die Dinger gegen Veno rein? Da kann man auch mal einen Clip machen, würde ich sagen. Das Spiel. Ich weiß nur, dass bei einem Workout der Spieler direkt rauskommt. Kimmich! Jawohl! Geil, da ist er. Oh. Da ist der nächste Walkout. Kurze Stecker gehen böse. Ich hab mein Piss mit Sprinter getunnelt. Das gibt's nicht, was? Hä? Das ist aber nicht wieder so ein FIFA, oder? Darauf hab ich ein Jahr gewartet. Wo ist der Ronne? Gibt's den schon auf dem Markt? Wo ist er? Mach mal einen Nasen-Troll. Oh, oh Gott, wer ist das? Ein Papier? Das ist guckbar! Wuhuhu! 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 Ja, Diga! Oh mein Gott, ich hab guckbar! Ist Weakfoot wirklich gucken? Du! Also, wenn du... Digga, ich komm, ich... Wuhuhu! Digga, warte, komm. Ja, 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 jetzt geht's wieder los! Wie soll ich denn hier ein Tor schießen? Ich muss ja wieder einfach nur parken. Dann bin ich der beste Spieler der Welt. Ben hat gefurzt. Junge, es wird Zeit für ein Walkout. Oh, Willi, nein. Junge, du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar nervig Willi und Sidney in Real Life sind, ne? Was kostet eigentlich schon? 500 ungefähr. No more Walkouts! Die Paulin, oh mein Gott! No more, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga. Dieser Stern bei Tony, was bedeutet der Stern, Leute? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelsee, den schenk' ich dir heut' Nacht. Und ich bin fertig. was bedeutet oder egal, Woännerle Covid-19-1919191919191919191919191919201919231919191919191919191922191919191919191920191910... was sagen keyboard ich mich,